So, lass es, ja. Gut, Spiel weigert sich, mal wieder angezeigt zu werden. Macht schon wieder mega viel Spaß hier. So. Gut, das regle ich dann einmal gleich. Keine Angst, ihr habt gleich Bild. Wahrscheinlich kommt es dann eben direkt beim Einloggen. Und ich habe extra eben auf meine Fantasie gestellt und jetzt geht es trotzdem nicht. Technik. Die launische Technik. Funktioniert es jetzt? Ja! Jetzt geht's. So, dann kann ich erstmal nochmal ein bisschen Kram allein machen, bevor der ja gleich kommt. Wieder kommt. Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut, beim letzten Mal hatten wir ja nur Innis gemacht Heute werden wir dann, ja gut, so eine Mischung aus Innis und Hauptquests machen Das heißt, solange wie Kai ja jetzt da noch am Rumwuseln ist Ich kann mal ganz kurz für mich Hauptquests kümmern und herausfinden, wo ich eigentlich da hinten Aber waren wir da hinten sogar schon? Gott, wie gern würde ich hier schon fliegen können Mit einiger Quests habe ich auf jeden Fall noch offen Mal gucken Hier muss ich auch noch ein bisschen was machen Nee Hier mussten wir nicht hin Hier hatten wir die Windederquelle laufe ich überhaupt richtig ja tue ich wenigstens etwas oh gott magite hallöchen ich gerade keine lust die war da hinten haben wir ja noch nicht hoch ich entsinne mich das stimmt das kann ich wunderbar machen jetzt noch nicht in der gruppe bin wir helfen dann nachher auch kaya noch so ein bisschen was ist ein bisschen aber er muss ja seine quest auch noch machen großwachsen wohl volks hat hüpfen herz vor freude im weiss du hier ist ganz schön finden stelle für alte rumpel volks wird niemand geben nur über leiche das gibt es doch nicht rüber von herz vom herde helden dieses gebiet steht unter der kontrolle der indigo hand du solltest doch wissen dass mit denen nicht gut kirchen essen ist brauchst du nicht sehen mit schwarz schwarze blick brüllwuchs kann indigo hand schulchen mit kleinen finger so bei so bei den hand nehmen brüllwuchs wird hauen zu weicher windel das ausgedacht hat welche winde ko soll man zu sehen wie indigo hand ihr frechfresse poliert und sachen mit heimrezept für käse hat auch nicht vergessen ko ist solche sache ist doch vergangen vor langer zeit kannst du sparen flüchten worte wird zugleich reue fühlen gegen ein herz und schmerz fühlen hinter hat hinterteil also werde ich das solch dialoge ausgedacht hat der gehört doch gefilter die zugleich topfeln von unterseite und neue freunde auch ja damit werden wir wenn die freunde also geklärt dann bleibt das wohl nichts über hier zu kämpfen ja so ein puzzle ok 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 그래 ok 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 Das ist ja konbimisch, hm. Anderchen. Küchen! Komm. Oh, und es kommt noch mehr. Also, das war, glaube ich, wieder Estola, ja. Ähm. Okay. Läuft bei ihr. Brolbox hat auch gleich Sagen mit kleinen Fingern. Brolbox hat jetzt freie Zeit. Sammeln nützliche Findensachen. Findensache, so. Äh, okay. Nett. Lässt uns einfach da mal wieder allein stehen. Hallo, Hybrid. Ihr habt dich gefunden. Ich sehe dich. Hä? 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 Ein kleiner Schelm, du. Oh, steckt sie einfach über mir. Ach ja. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Gar nichts, gar nichts. Ich finde es halt immer so witzig, wenn man dann so direkt über mir fliegt und meistens achte ich ja überhaupt nicht drauf. Ich dachte eben einfach nur so, oh, da ist wieder was schönes, rotes Glitzernis. Und dann gehe ich einfach nur so weiter zurück und sehe, ah, beginnst du doch. Das macht es nicht besser. Das, 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 nein. Das macht es einfach nicht besser. Einfach nur nein. Das ist so, nein. Und das ist das gemein. Apfel. So, wo muss ich denn als nächstes hin? Das hier muss ich nur abgeben. Die letzten Einhörner. Ah, da muss ich wieder hin. Ich möchte ein schwarzes Einhorn haben. Ich, ich, ich möchte fliegen können. Äh, war ein Wohnhalde, war das, ne? Achso. Ja. Einfach noch schnell Hopestory machen, bevor Kyle wieder da ist. Der schon wieder Ewigkeiten braucht. Ja, ja, ja. Nehmen wir einfach das Ding. Du hast ne Quest für mich, ne? Ja, wir sind in der Quelle. Geil. Gut, bin ich wieder geredet? Ne. Okay. Großwachsend ist du ein willkommener Gast in Frohe Heide. Kannst du durchgehen zu jeder Zeit. Kannst du nur Gere wie Goppe in Frohe Heide weiterbauen? Dann kommst du später wieder, wenn du Spaziergang im Gegend bist. Vielen Dank, Schlafwix. Wir werden bei der Gelegenheit auf dein Angebot zurückkommen. Ja, das war schließlich einmal unsere Heimat, auch wenn nun vieles verfallen ist. Es freut mich zu sehen, dass hier alle möglichen Völker zusammenarbeiten. Die Stadt Linsen sind wieder aufzubauen. Ihr Goblins geht mit gutem Beispiel voran, um die Toleranz in Neosea zu fördern. Weiche Worte bringen Freude ins Herz. Schlafwix wünscht gute Reise. Sprechst du mit Goblins Speer für weitergehen? Mhm. Okay. Ja, lass uns aufbrechen. Wir wollen weiter. Wir wollen weiter fix. Ich nicht wollen laufen. Ich, ich, ich wollen getragen werden. Ich, ich mich weigern. Ich will den schwarzen Schokobo. Schokomoppel, Entschuldigung, jetzt ist der Schokomoppel. Ich brauch diesen schwarzen Schokomoppel. Ich brauch den einfach. Nee, brauch den. Ich will den haben. Ich muss, ich muss das dringend mal in Angriff nehmen. Geht aber erst nächste Woche. Musst du mal dafür nicht bei ausgewählten Streamern Bier-Subs verschenken? Ich brauch das. Huch, jetzt hab ich nicht ge... Na, egal. Dann lass uns die frohe Kletterpartie hinter uns bringen. Hauptsache, wir können endlich unseren Weg zu Matoyas Hülle fortsetzen. Oh nein. Ja, klar. So, und ich stehe da alleine, oder was? Kann mir mal einer sagen, dass da hinter mir Bomben sind? Ziemlich drastische Art, den Weg freizumachen. Ich nehme an, wir haben hier alles erledigt. Nur mein Blick, ey. So. Aha. Okay. Wachen wir, dass wir hier wegkommen? Ich bin schon gespannt auf Matoya. Ja, auf Matoya. Hoffentlich haben wir den Weiten Weg nicht umsonst gemacht. Ja. Mal gucken, ne? Ach, da. Hallo, ist er da. Ich brauch den Schokomoppel. Ich den brauch... Ah! Hab ich da hinten ne blaue Quest vergessen? Ich mein, warte mal. Hab ich da hinten ne blaue Quest vergessen? Oder wurde die erst deiner freigeschaltet? Warte mal. Hallo? 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 Na? Ah, ja. Jetzt höre ich dich wieder. Sehr schön. Ja, ne? Ja. Und alles klärchen bei dir. Kommst du rein? Ja. Das ist sowieso keine Frage. Selbstverständlich hätte ich das. Nein. Ich sag jetzt tschüss und gute Nacht und könnte gehen. Nein, könntest du nicht. Äh, 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 doch. Ähm, nein, könntest du. Mir gesagt, dass ich's tue, aber ich könnte. Nein, könntest du. Wenn ich denn wollte. Nein, könntest du. Nein, 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 nein. Pst. Pst. Da hab ich mich verzippt. Danke. Gerne! Mann, 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 du. Und was denn? Nix. Oh, ich freue mich schon, wenn du eh nichts laufen kannst wieder. Das wird toll. Kein Kommentar? Nee, nee. Ja, dann kann ich mich auch weiter als Heilerin festen. Wir sind dann quasi zwei Anfänger. Ich suche Bock auf die Hälfte. Aber du hast es gedacht. Und du hast vorhin so gesagt, du willst kein Ähnliches machen. Noch nicht. Du hast es so ähnlich angedrückt. Joa. Du hast aber sowieso keine Wahl. Das sieht gut aus da hinten. Schick. Ja, ja, schick. 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 So. Zack. Denk dran mit deinem Stream. Schau. Ja. Ist mir schon klar, der andere war ewig nicht mehr. Ja, genau. 23 Leute auf der Worte bist du. Aber bei mir waren 24. Na, guck. Das ging relativ schnell. Ja. Ja, wieso ich denn? Ach so, da. Ah, hier steht irgendwie, ich bin Nallskreuzgang. Ah, okay. Ich bin weg da. Ja, ich bin ja noch nicht. Alles gut. Ich kann mir vorstellen, wo du bist. Ich kann mir vorstellen, wo du bist. Das war ja genau, ich bin ja bei den Klassenquests. Du hast nur eine Klassenquests, bis du Schwarzmagier wirst. Und dann nehme ich die mal an. Ja. Und zwar ein Äther für alle müsste das sein. Ja. Äh, nee, ein Äther für Philipp. Ja. Hm. Wie gesagt, es ist nur noch eine Quest. Das ist jetzt dann, glaube ich, deine 30er. Und dann kriegst du, glaube ich, den Jobkristall für Schwarzmagier. Viel gut. Ja, ne? Ja, ich bin ja. Ach ja. Gucken dann weiter. Du sitzt da, eine dicke Katze rollt sich hin und her. Ja. Okay, ich muss nach Horizont, so wie es aussieht. Arme Stern. Ja, hier kommt erstmal die normale Begrüßung hier. Ja. Oh, Yoda. Hey. Bei Yoda. Der sieht wirklich so aus wie Yoda. Gibt's ja gar nicht. Hast du eigentlich meine neue Rüstung schon gesehen? Nee, oder? Weiß ich nicht. Nee, ich glaub die Rüstung hier kennst du nicht. Ist ein Teil meiner 60er. Ja. Ja, besser als sein Luggen. Ja, und? Na, na, nach Horizont. Oh, Horizont. 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 Juhu, da wurde wieder Taxi spielen. ja wenn du möchtest ja ja dann ist doch alles zu liegen in diesen gebieten kann ich jetzt taxi spielen so jetzt muss ich einmal gucken ok wo sind wir denn okay ja 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 wenn du willst das ist halt wieder so ein gebiet wo ich suchen muss das ist letztendlich ja warte da so in dem gebiet warum hast du dich nicht gleich zum buch des abends transportiert keine ahnung ich wollte ich wollte eine runde mit ihr fliegen ja da wusstest nicht dass das da die bucht des abends stand natürlich wusste ich das da war ich ja wohl nicht zum ersten mal glaube ich wäre dann eventuell was weiß ich nachher ja dann such mal ganz ruhig runter springen das ist die frage er ist mit den bewohnern aber die haben alle namen aber scheinbar sind die das du wirst das schon wissen dass immer alles was glitzer funkelt oder und blaues eiken oder so ziehst du was oder das gekriegt oder was auch immer nein nein die sind es dann nicht aber bitte bedenken dass du auch allgemein alle blauen quest annimmt ja ja schon aber trotzdem willst du bist du der älter typ ja das ist einer von ihnen bei der suche kann ich dir leider nicht helfen aber meine katze ist da sehr niedlich und da ist die kajerlake was hast du schmörgel papier hin und wieder wird uns übrigens auch halberd mal helfen er hat seine hilfe angeboten hau mich nun hin viel spaß noch danke frisches ich komme einmal gleich noch mal ganz kurz hoch kaya braucht ja noch ein bisschen dann ganz kurz und so weiter und so weiter ich lasse dir einmal an weil du läufst immer mal wieder durchs bild deswegen ja na lasse ich das einfach mal an bis gleich jo so so Bis zum nächsten Mal.